jo und damit herzlich willkommen meine lieben freunde zu einem neuen unboxing und endlich ist soweit das neue album von betontot und zwar zeig dir ich habe mich endlich in meinen händen ich mag von hinten gar nicht so viel spoilern weil hinten steht der albuminhalt also der ist wahrscheinlich eh schon preis gegeben worden von irgendjemand so was haben wir hier hier haben wir die autogrammkarte betontot hier sind die ganzen jungs drumsticks hier schön mit einem gummi versehen wahrscheinlich eine kleine flagge so ein patch keine ahnung so sieht es auf alle fälle aus warte mal so wie das album habe hier betontot in rot ich habe einen fetten drumstick für alle drama hier sieht auch nachher aus das ist auch lustig dann kronquarken dann haben wir drei von diesen gitarren für die gitarre ist das von basti nachdem und dann nötig das hessen stück das album zeig dir ich mit 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 1 2 3 die ganzen zwölf songs mit ganzen 12 songs das sieht so von vorne aus und so von hinten hier haben wir die cd hier ist nur schwarz und zu guter letzten das bürglet mit ganzen lyrics hier nochmal die jungs und das was auch schon mit diesen kleinen aber feinern unboxing ja meine liebe freunde das war es auch schon mit dem unboxing zu dem neuen album von betontot ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten mal peace peace